Na Felix, was machst du denn da gebaut? Soll das der Herr Nikolaus sein? Und seine Frau auch noch dabei? Ach, was pusherst du denn da? Ach, den findest du gut, den Bart. Ist das ein Bart, ne? Der Bart vom Nikolaus. Und? Willst du auch haben? Ja, du ein Bart. Kleines Lämmchen. Willst du dem Nikolaus Konkurrenz machen, oder wie? Ja, den findest du scheinbar gut, was? Ja? Sag ich mal, genau. Wie sieht der denn richtig aus? Oh, der hat ja schon ein richtiges Mäntelchen mit Knöpfen und langen, grauen Bart. Jawohl. Hast du gebastelt? Ja, der sieht fast so aus wie du, ne? Ja, nicht ganz, ne? Du musst noch ein bisschen älter werden, dass dir der Bart noch wächst. Dann kannst du sowohl mit Nikolaus losgehen. Ja, tschüss erst mal. Na Felix, bist du fertig mit Basteln? Ja, hast du Herr und Frau Nikolaus gebaut? Ja. Und du möchtest auch so aussehen, ne? Die rote Mütze, die hast du jetzt ja schon. Kannst du so fast als Nikolaus losgehen. Man erkennt dich ja noch. Du hast ja gar keinen Bart. Ach, nee. Da hast du auch jetzt einen langen grauen Bart. Ach, nee. Den fandst du so toll. Und jetzt hast du selber einen? Ha. Ja, dann kannst du dem Nikolaus wirklich Konkurrenz machen. Das ist ja gut. Dann kannst du schön Geschenke verteilen, ne? An mich, ne? Ja. Oder Routen? Ich krieg ne Rute, ne? Ja. Und die Spielerin kriegt ein Geschenk. Ja gut, so ist das nun mal. Die heiltet zusammen. Ne? Ist auch ganz gut so. Dafür hab ich dann hier Herr und Frau Nikolaus. Von denen krieg ich dann was. Ja. Gut. 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 Gut.